So, wir spielen jetzt eine Runde des Smash Mops noch. So. Oh oh. Ich bin sehr sehr angedetscht. Herr Loll! Dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm. Droll was 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 was. was hier aber auch nicht darum geht lol lol was hier hier Nein, was? Ja, gut. Dann sehen wir uns gleich in einer anderen Runde wieder. Bis gleich. So, wir spielen jetzt Skywars. Und ja. Dann, ich sage, geht es jetzt los. Ähm, ja. So. So. Ach, die Linie, dann kann ich, ach, so. Ja, das ist ein bisschen anders, als das auf Komme. Relativ viel anders. Nein! Ach, Mann! Nein! Schon wieder nicht getroffen. Hm. Gehen wir hier mal rüber. Ja. LOL läuft. Hier muss ich mal checken, dann ist mir runtergefallen, ne? Das chillt da unten jetzt. Und jetzt hab ich nur noch zwei Eier. Tja, jetzt kann ich nur noch hier chillen. Nein, was? Junge, komm. Okay, dann sehen wir uns noch in einer anderen Runde wieder. Bis gleich.